Hallo liebe Fans, wie geht's euch? Ich bin gerade erst gegessen, deswegen mein Mund ist gerade kräckig. Ich hatte die Liga. Badebon, ich habe schon Magdeburg, jetzt schon Kader, Jan Jan Klinker, Mario Sesadil, Alexander Raunst, Christopar Handicke, Leon Inke, Felix Schiller, Nico Hanhammann, Schäfin, Schäfer, Nils, Gutzin, Michael, Jürgen, 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 Tobias, Schwan, Schwede, Marius, Sowisol, Florian, Bick, Andreas, Luwing, Schreles, Elike, La Bervolle, Tee, Kradarik Scheidt, Gertrit Müller, Felix Logeimberg, Christian Bick, Julius Duker, Jens Hertel, Roni, Denemann, Matthias, Dichirch, sag ich mal auf Wiedersehen, lieber Fans.